Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video dreht sich alles um dieses Buch hier. Das ist ein Sammelband mit den besten Aufnahmen aus meinen Shootings im Jahre 2020. Für dieses Projekt habe ich Unterstützung des Fotoanbieters Saal erhalten und das in Form eines Gutscheins. An diesen Gutschein waren aber keinerlei Bedingungen gebunden, also kann ich frei über meine Erfahrungen mit der Software berichten und ein Fazit über die Qualität des Endproduktes vermitteln. Was werdet ihr in diesem Video alles zu sehen bekommen? Zuerst zeige ich ganz kurz, was bei Saal alles möglich ist an Fotoprodukten. Anschließend werde ich euch meinen Workflow zeigen, wie ich die Fotos für so ein Fotobuch vorbereite. Und zuletzt natürlich noch der wichtigste Teil, wie sieht der Gestaltungsprozess eines solchen Fotobuches mit der Software von Saal aus? Alle Fotoanbieter haben heute eine breite Palette an Produkten. Für mich am interessantesten sind die Fotobücher. Aber es gibt natürlich auch Kalender, die man bestellen kann, Wandbilder, die man in Feinart-Qualität drucken lassen kann, Tassen, die bedruckt werden können. Also eine breite Palette. Ich schaue mir am liebsten die Möglichkeiten im Bereich Fotobücher an und vergleiche da auch unterschiedliche Anbieter miteinander. Von Saal habe ich bereits das Luxus-Fotobuch aus der Professional Line getestet. Sieht ganz edel aus, hat mich überzeugt. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann nutzt den Link da unten in der Videobeschreibung zu meinem Blogartikel. Für dieses Video beschäftige ich mich mit dem normalen Fotobuch, das ich bei Saal bestellt habe. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Buch zu gestalten. In der Mitte, der eingerahmte Bereich, zeigt die Möglichkeit, die kostenlose Software von Saal herunterzuladen und dann auf dem Desktop, sei es auf einem Mac oder auf einem Windows-Gerät, das Fotobuch zu erstellen. Rechts daneben eine weitere Möglichkeit. Man kann natürlich auch eine App für die mobilen Geräte herunterladen und dort ein Buch gestalten. Das scheint für mich aber weniger sinnvoll für meine Zwecke, da ich auf dem kleinen Bildschirm zu wenig Möglichkeiten habe, das Buch im Detail zu layouten, die Layouts fein zu strukturieren. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, ein Dokument selber zu erstellen und das schlussendlich als PDF-Datei auf den Server von Saal digital zur Bestellung hochzuladen. Dazu stellt Saal Vorlagen bereit. Ich wähle zuerst das passende Fotobuch zuoberst auf der Seite, also das seht ihr beim Punkt 1, und darunter werden dann die passenden Vorlagen eingeblendet. Für das Cover, die Rückseite und den Buchrücken, gibt es mehrere Vorlagen, die sind abhängig von der Anzahl Seiten, die im Fotobuch verwendet werden. Alle Vorlagen gibt es für InDesign und für Photoshop. Darunter dann, beim Punkt Nummer 3, sieht man die beiden Vorlagen, je Adobe InDesign und Photoshop, für die Innenseiten. Da gibt es nur eine Vorlage, die passt dann für alle Seiten im Buch. Und ganz zuunterst wird noch erklärt, was das mit den Hilfslinien auf sich hat, wie Bücher nach dem Druck beschnitten werden, welches die sicheren Bereiche sind, die man einhalten sollte. Jetzt aber zuerst mal zur Auswahl und Vorbereitung der Bilder für so ein Fotobuch. Ich selber arbeite mit Lightroom Classic und Photoshop. Im Lightroom-Katalog erstelle ich für jedes Jahr einen separaten Ordner und darin dann Unterordner, in denen alle Shootings abgespeichert werden. So habe ich mal eine grobe Struktur für all meine Bilder. Und das ist auch dringend nötig. Ich werde das dann noch etwas professionalisieren. Aber man sieht da im Corona-Jahr 2020 sind über 10.000 Bilder zusammengekommen. Nun stellt sich die Frage, wie wähle ich da die besten aus? Da habe ich zum Glück schon Vorarbeit geleistet, jeweils beim Katalogisieren und beim Bearbeiten der Bilder. Ich habe mir da ein System zurechtgelegt. Ich markiere alle bearbeiteten Bilder mal mit drei Sternen. Die habe ich ja schon mal für gut befunden, habe mir da viel Zeit genommen, die zu perfektionieren, zu bearbeiten. Also die stehen mir mit einer Drei-Sterne-Markierung zur Verfügung. Dann gibt es andere Aufnahmen, die dann vier Sterne erhalten. Die stechen schon etwas aus der Menge heraus und in ganz seltenen Fällen verteile ich fünf Sterne. Jetzt kann ich also über die Filterfunktion von Adobe Lightroom diese mit minimal drei Sternen markierten Bilder alle blitzschnell heraussuchen. Wenn ich die herausgefiltert habe, erstelle ich im Lightroom-Katalog eine Sammlung und definiere die als Zielsammlung. Das ist jetzt gekennzeichnet, rechts hinter dem Namen, mit einem kleinen Plus. Ich kann so mit einem Tastaturkürzel Bilder, die mir gefallen, in diese Sammlung transferieren, als virtuelle Kopien. Dieser Punkt rechts oben im Thumbnail zeigt mir, dieses Bild ist jetzt schon in der Zielsammlung vorhanden. Wenn ich alle Bilder ausgewählt habe, und das sind natürlich deutlich mehr noch, als im Fotobuch wirklich Platz haben, aber ich schaffe da eher eine grössere Auswahl, damit ich auch flexibler im Gestalten der Layouts bin. Also jetzt wird exportiert auf die Festplatte. Gemäss Saal sind folgende Vorgaben zu beachten. Man sollte die Bilder im JPEG-Format in der Qualität 90 exportieren. Der Farbraum, der mitgeliefert wird, sollte sRGB sein. Dann wird mit dem Fotobuchdruck vermutlich nichts schief gehen. Wenn die Bilder exportiert sind, fasse ich, basierend auf den Dateinamen ist das sehr einfach möglich, fasse ich alle Bilder wieder in Unterordnungen zusammen, sodass ich eine feinere Struktur habe und für jedes Shooting einen eigenen Ordner zur Verfügung steht. Ihr werdet dann sehen, in der Saal-Software wird mir das weiterhin wieder hilfreich sein. So, jetzt geht's in die Software von Saal, die ich kostenlos herunterladen konnte. Da kann man auch alle Produkte in der gleichen Software gestalten. Ich habe also das normale Fotobuch gewählt und kann mich jetzt für ein Format entscheiden. Landschaftsfotografen werden vermutlich eher auf ein rechteckiges Buch im Querformat springen. Für mich ist das quadratische Format ideal. Ich habe da die besten Erfahrungen beim Layouten gemacht. Bei meinen Portraits fallen Hoch- und Querformataufnahmen an und so wie ich das erlebt habe, kann ich das am flexibelsten in einem quadratischen Buch umsetzen. Hier habe ich die Größe 28x28 cm gewählt. Es ist genügend groß, aber man kann es auch gut unterbringen in einem Bücherregal. Als nächstes konfigriert man dieses Buch. Man kann das Cover wählen und da habe ich mich für ein glänzendes Cover entschieden. Das heißt, ich kann da auch ein Foto draufdrucken oder mehrere Foto in Ausnahmefällen. Es gibt aber auch Alternativen, zum Beispiel in Lederoptik oder in Korkoptik. Also es wird da für alle Leute irgendetwas Passendes dabei haben. Man kann den Umschlag noch wattieren lassen. Ich liebe eher die klaren Linien, die klaren Formen in der Fotografie und im gelayouteten Buch dann. Ich habe mich da entschieden, einfach die harten Cover zu wählen. Dann gibt es auch eine Entscheidung, die man fällen muss, betreffend Papierqualität. Ich nehme immer die matte Oberfläche. Die ist am wenigsten anfällig für Fingerabdrücke. Alternativ stünden da auch noch eine Hochglanzoberfläche zur Verfügung. Aber die ist mir irgendwie zu heikel. Letzte Wahlmöglichkeit. Ich kann noch eine Geschenkbox mitbestellen. Sieht natürlich vor allem im Bereich Hochzeitsfotografie nochmals etwas edler aus, kommt wertiger daher, wenn das Buch dann noch in so einer tollen Fotobox untergebracht ist. Aber für mich hat das keinen Mehrwert. Dann geht es weiter. Ich kann mal entscheiden, wie viele Seiten etwa in diesem Buch nötig sein werden. Ich weiß sicher, 26 Seiten reichen nicht, weil ich Bilder gerne groß in diesem Buch habe. Also nicht viele kleine Bilder, sondern die müssen wirklich jeweils ein Blickfang sein. Ich habe mich da mal für 52 Seiten entschieden. Es muss aber angemerkt werden, ich kann später im Designprozess jederzeit Seiten, also Doppelseiten hinzufügen oder wieder wegnehmen. In meinem aktuellen Projekt wurden es dann 100 Seiten, die da im Buch enthalten waren. Nun befinde ich mich im eigentlichen Layout-Bereich der Software. Im Zentrum beim Pfeil A sieht man eine leere Doppelseite, die dann später mit den vorhandenen Werkzeugen gestaltet wird. Links oben alle grundsätzlichen Funktionen rund um die Projekte. Da kann ich Projekte öffnen, sichern und exportieren, aber ich kann auch eine Vorschau generieren. Darauf gehe ich dann auch noch im Verlauf des Videos ein. Dann Punkt C, Fall C, ein Blick aufs Dateisystem. Hier kann ich alle Fotoquellen erschließen und somit auch jene Ordner, die ich bei den vorbereitenden Arbeiten bereits erstellt habe. Punkt D, oben am Fensterrand, da werden jeweils die entsprechenden Werkzeuge angezeigt, je nachdem, welches Objekt, welchen Objekttyp ich da angeklickt habe. Im Bereich E können fertige Ornamente herauskopiert werden und im Buch verwendet werden, aber für mich der wichtigste Teil sind da eigentlich die Layout-Vorlagen. Im Punkt F am unteren Bildschirmrand sieht man dann noch eine Übersicht des Buches, sind da Doppelseiten, neben Doppelseiten angeordnet. Ich kann jetzt also aus diesem Dateisystem Aufnahmen in die leeren Seiten ziehen oder in vorbereitete Rahmen. Jetzt hilft mir natürlich wieder die feine Gliederung. Jedes Shooting bekommt ein eigenes Kapitel und ich habe für diese Kapitelgestaltung dann jeweils nur eine Auswahl aller Aufnahmen im Blickfeld und das erleichtert mir die Arbeit ungemein. Bei den Layout-Vorlagen gibt es natürlich auch eine Riesenpalette. Auch da werden alle Geschmäcker vermutlich bedient. Man hat da verschnörkelte Layouts etwa für Hochzeitsbücher, Geburtstagsbücher, spezielle Layouts für Bücher mit Kinderfotos. Für mich kommt aber auch da wieder eher das Schlichte zum Tragen. Man sieht da vom Schlichten Layout, das ich gewählt habe, eine Auswahl an Layout-Vorlagen für Doppelseiten. Die kann ich auch filtern. Ich kann mir nur Vorlagen anzeigen lassen, auf denen drei Bilder Platz finden oder vier Bilder Platz finden. Auch so kann ich den Fokus genau auf das richten, was ich gerade benötige. Ist mal so eine Vorlage ausgewählt, erscheinen Platzhalter auf der Doppelseite. Alternativ kann ich natürlich auch in eine leere Seite einfach Bilder reinziehen, aber ich verlasse mich recht gern auf solche fixen Vorlagen. So gibt es eine gewisse Konsistenz ins Layout des Fotobuches. Für die Vorder- und Rückseite des Buches sowie den Buchrücken sind eigene Vorlagen verfügbar. Man kann Vorlagen anpassen. Das habe ich da in diesem Beispiel gemacht. Man sieht im eingerahmten Bereich eigene Vorlagen, die ich für die Kapiteltitel erstellt habe. Die können aus Platzhaltern, aus Farbfeldern, aus Textfeldern bestehen und ich kann die speichern und auch in weiteren Projekten dann wieder verwenden. Auch das garantiert mir, dass das Layout des Buches dann einheitlich wird am Schluss. Klicke ich ein Bild an, das in so einem Rahmen platziert wurde, dann habe ich eine Auswahl an Werkzeugen gleich oberhalb zur Verfügung. Ich kann, wenn das Seitenverhältnis von Bild und Rahmen nicht übereinstimmen, kann ich einen Ausschnitt fein positionieren in diesem Bilderrahmen. Ich kann aber auch Ausschnitte wählen, indem ich das Bild vergrößere, also rein zoome und da bewertet es sich natürlich, wenn man nicht zu kleine Bilder speichert. Also die sollten etwas Reserve haben. Ich speichere eher größere Bilder mit guter Auflösung, damit ich auch beim Reinzoomen noch Top Qualität habe. Und diese Qualität sehe ich auch da unter den Werkzeugen eingeblendet. Die heißt jetzt sehr gut und das sollte eigentlich das Ziel sein. Zoome ich weiter rein und reicht die Auflösung nicht mehr hundertprozentig. dann wird da vermutlich nur noch Qualität gutstehen und das ist mir einfach zu wenig. Diese Werkzeuge findet man aber auch am oberen Bildschirmrand. Da sind sie doch durch weitere Möglichkeiten ergänzt. Also ich kann Bilder ausrichten, horizontal, vertikal. Ich kann sie auf Pixel genau in der Größe einstellen. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten und ich hatte jetzt beim Gestalten der Bücher nie den Eindruck dass mir etwas Wesentliches fehlt fürs Layout. Selbstverständlich kann ich auch Texte in die Bücher integrieren. Das mache ich mittels Textboxen die ich aufziehe. Die Schriftart kann ich wählen, die Schriftgrößen bestimmen, die Schriftfarbe kann man auch festlegen. Also es bestehen da auch wieder viele Möglichkeiten die Bilder mit Texten zu versehen. Wenn es größere Texte werden sollten, nutzt man vielleicht besser diesen integrierten Texteditor. Ich brauche den aber eher selten da in meinen Büchern neben Kapiteltiteln vor allem die Bilder für sich sprechen sollen. Ganz gut gefällt mir die Lay Flat Bindung. Zwei benachbarte Seiten liegen absolut Plan nebeneinander und dies ermöglicht dann natürlich auch Bilder über die Buchmitte hinaus laufen zu lassen. Die Gesichter verschwinden nicht dann per Zufall irgendwo in einem Falz in der Buchmitte sondern das ganze Bild ist vollständig zu sehen. Diese Bindung hat mich sehr überzeugt also ist qualitativ auch sehr gut umgesetzt. Wenn jetzt alles gelayoutet ist geht es ans Überprüfen also das ist für mich immer ein ganz wichtiger Schritt der auch recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich führe diesen Qualitätsprozess in mehreren Durchgängen durch. Ich konzentriere mich dann immer auf einen oder zwei Aspekte maximal. Also ich blättere mal alles durch und schaue ob die Ausrichtungen korrekt sind also ob die Bilder oben und unten bündig sind dann kann ich schauen ob die Abstände gleichmässig sind ob das stimmt ich kann ein Auge auf die Seiten Ränder werfen ist da alles korrekt platziert in einer nächsten Runde werde ich dann vermutlich die Texte kontrollieren sind da Tippfehler zu finden sind die Schriftgrößen konsistent also ihr seht man kann einige Aspekte da nochmals genauer anschauen bevor man dann das Buch in den Print gibt wer es lieber auf Papier haben möchte kann sich ein PDF mit dieser Vorschau ausdrucken lassen aber man muss sich im Klaren sein die Bildqualität ist da deutlich reduziert und man sollte dann nicht dieses PDF für die Buchbestellung bei Saal hochladen oder auch keine allzu hohen Ansprüche haben wenn man das auf dem eigenen Drucker ausdrucken möchte wenn alles stimmt wenn ich überzeugt bin dass ich da keine Fehler mehr eingeschlichen haben dann kann ich zum Bestellvorgang übergehen hier wird nochmals eine Vorschau gezeigt und rechts daneben in der Seitenspalte könnte ich jetzt nochmals an der Konfiguration meines Buches Änderungen vornehmen und dann gilt es auf das fertige Produkt zu warten wenn man das dann in Händen hält dann muss ich sagen Qualität stimmt absolut es sorgfältig verarbeitet gibt da nichts zu meckern die Bindung ist top die Bilder sind super gedruckt also die Printqualität lässt auch nichts zu wünschen übrig ich war rundum begeistert von diesem Fotobuch es fühlt sich wertig an hat eine hohe Qualität auch die Software überzeugt mich es braucht eine gewisse Einarbeitungszeit aber dann geht die Arbeit flott von der Hand es sind alle Werkzeuge die ich mir wünsche stehen zur Verfügung ich kann Bilder sorgfältig platzieren ausrichten also auch da alle Wünsche werden abgedeckt im großen ganzen kann man sagen eine gefreute Sache vom Layout Prozess bis zum fertigen Produkt das man dann schlussendlich in Händen hält wenn euch das Video gefallen hat lasst bitte einen Like da und ich freue mich euch bald wieder beim nächsten Video als Zuschauer begrüßen zu dürfen 1 2 2 3 4 5 5 10 11 12 13